und dann auf shorts packen ich mache shorts also manchmal aber nicht den haken setzen dass das für die abonnenten extra und so weiß ich nicht angeblich so ein ich hab den rücken gerade schlecht wenn du keinen hättest man kann doch irgendwie da sagen hier benachrichtige die abonnenten und so du meinst es nur abonnenten das sehen können nee dass die benachrichtigt werden extra für die shorts die du hochlädst ich glaube ein team bei uns das ist doch klar ja aber das kannst ja ausstellen ein team bei uns oh mein gott wo bin ich denn hängen geblieben leute die den algorithmus durchschaut haben also überhaupt nicht was du sagen willst nein ist okay lass es bitte wir sind leute bei uns ich wollte also ich finde keine waffe oh darf ich hier was nehmen ja wo die fahren lag da moni bei der waffe bei wer hier hast du hier 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 der fährt alleine weg ohne ist okay dann sind es vielleicht doch nicht seine mails seps ja hab ich gehört ne ne bist du ne in die andere richtung war einer gerade hier bei uns im westen wir haben ein flugding sehen irgendwie die sind da sehr close ja wir machen die jetzt kaputt da drin in dem haus einer orange einen habe ich stark da will wer rüber kommen da hinten an der maul noch einer noch stark gekillt letzter von dem team hier was war mit dem an der mauer er ist tot ich glaube bei dir ein zweites team ja ne weiß ich nicht wo sind hier die leiche eigentlich gibt's nix hier ist noch ein sechsfach maschine was geht party wie geht's dir hallo gabriel hallo wie als ob was geht schön dass du da bist moin 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 greetings ich hab leider am anfang auch nicht geguckt wie viele genommen ab und so pixelig der radler ist dazu willst du mitspielen komm mal ran hier hello mein nachbar wie der nachbar der wohnt hier jetzt neuer ding so um die enge alter ja das ist ja witzig so hier liegt ein vierfach und ne äh ne jesus aber mit muniz so ein bisschen sogar mit dem magazin hier liegt ein schieses ohne munition franzi brauchtest du auch noch ein sechsfach oder ja ich hab noch eins auf tash oh geil alter kannst du mal rüber dealen ein bis zwei rüttchen warum nicht muss aber grad noch aufessen jaja wahnsinn sporend wir feiern wir wir streamen franz geburtstag hinein ein fettes mimimi im titel warum denn weil ich schreibe dass ich alt werde ich komme darf ich nicht weinen hier guck wir können hier durchs fenster dealen ne fällts nachher in irgendeine ritze rein danke sex hat jemand ein mk 12 was ist das feuerwerk was ist das ich hätte so wahnsinnig gerne man ein sks oder so ja oder ein mk 12 ne ach so echt das hat sie sagt er könnte auch auffüllen wenn radler dann irgendwann wieder geht wirst du gar nicht das party wer parzival wie parzival parzival wie jetzt kennst du den der spielt anscheinend pubg ne das wusste ich auch nicht vielleicht verarscht er mich auch so wie komm ich jetzt hier raus vielleicht nicht äh die fisch die ansage macht wir gewinnen hier immer und wir haben gewonnen krass jetzt ganz ruhig gewinnt das spiel wenn man am ende als letzter überlebt ach so ich dachte du meintest hier die stadt gewinnen wir ne 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 ich mein so wie so wieerd les na razón 160 stunden nur boah das ist immer bisschen wenig also ich nehme nix unter 500 mit dem klein weißt du denn sonst krassen games ja eigentlich nicht so hat sie ja dann ich werde jetzt mal besser mit der slr leute okay weil ich immer so kurz anmelden anmelden spielst du jetzt sks slr aber also wenn ich sie weißt du dann kann man hast mich jetzt direkt oder ich glaube mich ihr könnt ihr euch nicht mal schützen vor mich stellen und sagen nein wieso nicht das alt genug fischi hier ist ein slr was ist da ich hab schon eine deswegen fies mehr auf also die sks spielt jetzt gar nicht mehr oder doch ich bin irgendwie noch nicht so ganz dabei du hast mich eben gefragt ob ich die sks nicht spielen habe ich gesagt doch aber wenn man die komplett überfordert heute richten wangenpolster bei blau wo haben wir eben gekämpft da waren folgen ganz viele magazine die ich weggelegt habe jetzt braucht es gleich kracht wirklich es wird nicht einfach mit mir heute ich sag's wie es ist ja endlich nicht mehr heimlich ich verstehe immer noch nicht warum plötzlich meine sounds für mich leiser sind von den alerts aber für euch anscheinend nicht also für die zuschauer ich raff es nicht und dann klappt ja auch nicht mehr mit dem erschreckt werden und dann kann ich ja nicht mehr die 20 euro donations rein beten ja auch meins auch nicht mehr machen bei dir scheiße hat sich ja ich spiele keine mp mehr brauchen ich brauche ganz dringend komp kompi ja der findet auch noch spielst du nicht mehr ich spiele dieses nicht mehr weil nach dem nerf finde ich den recoil zu stark und ich will mich nicht um ja umstellen müssen zwischen den maps deswegen spiele ich jetzt nur ja also nicht nur noch manchmal habe ich bock zwischendurch die kleine jazzes schweb schwapp wappen wapp sagt man immer aber kann es auch in der mündungsfeuerdämpfer franzi oder auch nicht habe ich den habe ich hoffe ich laufe die ganze zeit rum und weiß nicht wie so ein aufgescheuchtes hühnchen kann ich erstmal warten was die zone sagt und dann rufen hier war die auch schon eine jeweilige andere typ ne franz wird ich von da gerade ihr wart hier gerade wir waren da schon mal schon mal reingedippt so einfach schon mal umgeschaut hausbesichtigung und so jetzt lassen wir jetzt das doch erst mal radler hier reinkommen ja 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 klar ja das sowieso ich weiß auch gar nicht wann wir zu golfe wechseln wollen ja lustige sache und dabei auch im stream oder was was war das kann man im stream machen kann man auch namens stream machen kann man kalt kann man warm machen wir müssen los wir haben auch noch ein notfall pick up wenn nicht ja die nach rein der war hier drin gibt es ein cooles dach wo man sonst nicht anders hin kommt und man kann darauf landen und ist voll hoch oder jetzt kommt wieder vor dem mit seinen komischen op-taktik die kacke sind oder war hier das war doch hier in der runde oder hat man das in der anderen runde ich habe tatsächlich keine gesehen es gibt keine ich bin mir gar nicht sicher ob ich eine gesehen habe gibt es keine gibt es nix gibt es nix gibt es nix hat aber noch eine minute cool down jetzt hat noch sicher zu gehen eine minute ja 40 sekunden jetzt noch ne morgen hat franzi geburtstag jetzt noch nicht erst morgen nicht ratulieren das bringt unglück nicht ratulieren bitte habe ich ratuliere ich überlege mir noch snacks zu bestellen macht das her an dem geburtstag na klar oder für den geburtstag ich brauche snack keys die nachher noch weg oder morgen morgen mit und wieder keine streams verteidung ihr baues auf wollte ohne mich fliegen das läuft ja jetzt noch fünf sekunden habt ihr den kompi dahinter ich baue jetzt auf warte mal habe ich das gehört das waren die beiden ich habe mir nichts gehört ich habe nur die schüsse richtung nordwesten gehört gehört und dass ihr nichts gehört es kann ja also für mich kann es so als wir hier drüben werden einsatzfähiges lang ich hasse dieses ding ach scheiße ja wir haben ein auto ja los geht's ich habe mir hier wieder eine stunde rumgestanden für nix und wieder nix und wieder nix ne nur einmal wieder nix schauen wir mal was wir hat was wir oh das ist nicht weit weg unbedingt ne das ist natürlich eine andere ja das stimmt wenn ich jetzt ein energy nehme dann siehst du gleich dass das männchen unten jetzt leuchtet es jetzt würde ich schneller laufen aber wir fahren deswegen ist es egal aber ja wenn du dich also ich habe nicht unendlich ist zur hälfte boost ist dann nicht wenn du dich über die hälfte boost ist laufst du schneller schön mit euch ich muss noch mal was essen ich habe eben gegessen weil ich den hunger hatte dann habe ich gegessen dann habe ich plötzlich keinen hunger mehr das kenne ich ich habe auch nicht so viel gegessen und dann war ich so hä ok dann esse ich halt nicht und dann jetzt kriege ich ja kenne ich ja körper sind schweine die verarschen einen der war auch glaube ich verwirrt mit dem sport dann habe ich hier franzi hat mir so ein komisches proteinwasser mitgebracht ja das war schon ultra lange her ja aber das war ja noch zu ach so ja und das schmeckt halt wieder das schmeckt super scheiße glaube ich ne das ist halt so süß und also es ist halt kein wasser und es auch mit einem minz und ich weiß nicht wenn ich eins hasse dann ist das minze mhm aber es war gut weil es waren proteine drin mhm und ich glaube das hat mir den appetit verdorben sorry ne das ist doch nicht jetzt ich fand das ja gut ne das weiß ich doch gar nicht dass es von dir ist lass mich doch sorry sagen trotzdem nein du bist ja nicht schuld daran ja aber ich sag trotzdem gerne sorry darfst du nicht komm jetzt aber einfach na gut so alles im griff alles im griff Mann ich werd fett hä? warum ist das denn jetzt leer? ist alles so lecker ja ich muss mich auch zusammenreißen heute beim einkaufen keine chips mitzunehmen sonst hätte ich jetzt auch schon wieder drei Tüten bestimmt schon gegessen trotzdem schon mal hab Angst dass ich sonst einschlafe der Sohn wurde sogar von Fisch hier gesegnet kennt ihr das wenn sich so Hochzeitspaare in euren Chats kennenlernen? ja also ich glaube ich glaube ich bin live dabei äh echt? ja also ich hab also geheiratet haben sie noch nicht aber ich hab ein paar was ich glaube ich im Chat mal kennengelernt habe ja wir gehen in das Hinterraum hier um zu töten die ich ich gehe mich nur irgendwo heilen keine Ahnung oh shit ich kann nicht schütteln oder was? einer down achso online knock habt ihr alle? Franzi du hast mir in den Arsch gerettet bei mir war der letzte ja stark ihr habt alle? ja hä wie geil sind wir denn? wir haben die ja wirklich jetzt gebreasht und geholt oh wir werden aber noch beschossen oh anderes Team von außen ja ja alter was? hä? können ihr bitte nein oh nein man die schießen halt noch nicht die schießen halt noch nicht schnell die mich geholt haben schon wieder ja ja die waren ja ich was? wie ich wieder alles in den Zaun schieße und ehrlich er mich aber treffen darf haben die alle an? ja woran warum die haben noch auf mich geschossen als ich noch hinterm Haus stand die haben das Haus nicht gesehen rollex siehst du jetzt auch hast du gesehen? wer hier auf die Wand schießt von rechts Vorsicht Muppet der hat keine Wände fuck man der hat halt literally keine Wände ich würde euch einfach mal raten euch mal kurz einfach nur Zeug zu holen und dann los zu fahren weil ich will ja aber ich hab kein ich Franzi muss noch hä? ich würde jetzt da nicht guck 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 wir laufen jetzt hast du die Nays von dem einen genommen? ich bin weg Franzi ja 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 ich da sind nur ein paar Nades eigentlich ok wo bist denn du? oh der Reifen ist kaputt jetzt kämpft er doch gegen den kommt und wir gehen ich wollte dass Franzi da weg kommt ja das ist doch klug na ich weiß nicht was wir das Auto nehmen sollten der Reifen ist kaputt ja bei uns da war auch noch was links ich bin so ein Kackwurst Mann ey ich geh ganz außen rum weil er Kackwurst kann Franzi ich geh außen rum ich denk an deine Deckung hm hier ist keine hey aber ich bin heute oh direkt vor mir close im Auto war auch noch einer oder? oh guter Mann eine Nock ne? ja Nock irgendwo ist noch was ich weiß leider nicht wo ja ich verbrauch Deckung Deckung schmecken sein Wohnheim oh dabei danke für den Raid danke schön vielen vielen Dank jetzt willkommen ach du scheiße siehst du wen? nee aber bei Yadena wird halt noch geschossen wir könnten hier haben wir so einen kleinen Hügel zu Yadena holen bei orange hast du den chip hier sitzt keine die zone rein jetzt hallo jetzt die einzige häuser auf der map wir machen den ich bin bei dir die fangen wir ab hier nix da wir lassen ich will auch in die zone halt aber ja dann mach ich sag nichts oh mein bizeps alter was zur hölle hier hinten fährt noch ein auto rum spürst du schon auf mich fährt ein auto zu ja ja nicht auf den dächer was ist er denn was war das denn der ist neu ja das neue bus direkt vor dir ja ja ich will auch eigentlich nicht schießen gut dass wir das thema haben der ist ja da landet einer oh gott wo denn hinter uns die haben baum über uns sind noch welche denk dran ich zermatsch die ist ja lustig wenn es jetzt klappt wenn das immer noch starke nade wo ist der immer noch bei blau haben hinterm baum hat schon drei hits oder so da guckt die waffe wieder raus ja ich sehe ihn wenn jetzt von über über dir was kommen kann da war einer am stein oder so ne ne da kommt ein drop runter ja zone geht gleich weiter irgendwie bei dem kloß auf den du eben geämmt hat es muss wer gewesen sein da hab ich schon hab ich schon hab ich schon hab ich gekillt da oben ist noch was das ne smoke ja in dem haus blauen ja rechts unten sind smoke war immer noch einer rechts oh shit ja in seinem e-booster tot lol ich hab ihn da sind noch smokes die müssen zu euch schade an dem baum ist noch einer ja zwei sind hinten links und einer vorne an dem dicken baum die ist gibt es nicht schön schön Da vorne links Scheiße, scheiße, scheiße Nein, nein, oh, ich hätte einfach die Jizzes nehmen sollen Warte mal Oh mein Gott Der letzte, der allerletzte Das war der allerletzte Alter, das war schockgefahren Schiene, Alter Drei von vier am Ende weggeholt Alter Nee, wir haben leider schon Hallo Gamer Kein Ding, hallo, viel Spaß Hallo Ciao Ja, 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 ja Oh Oof Oh